Heimspiel für uns und den Michael und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei GAMPRI4 Nichts rückwärts gang Jetzt wurde ich hier Siemens Mobile Business anfangen, Business Laser, ich wollte ja nachgucken wie es um Euro Business steht Fertig Die Werbung, die wir in Silestone gesehen haben Method gerade, ich hab das Setup vergessen, dann mach ich das erst im Qualifying Oder ich fahr jetzt mal eine schnelle Runde und dann kommen wir rein und dann fahren wir nochmal mit dem anderen Setup, das ist auch eine Möglichkeit Wie spät man da bremsen kann, ohne dass das Eck rumkommt Das war jetzt zu spät Das wollte ich aber auch wissen Das wollte ich aber auch wissen Das wollte ich aber auch wissen Ich bin hier so lange geraten schon wieder sehe, wie ich diesen Kurs einfach vermisse Mittlerweile hat er ja auch nicht mal in seiner verkrüppelten Variante in der F1 gefahren Schade drum Ich hab mir jetzt mal letztes Rennwochenende, zumindest zum Teil die 24 Stunden auf dem Nürburgring angeschaut Das habe ich bisher in zumindest der in diesem Ausmaß noch gar nicht gemacht Ich bin ja nicht so der Turnwagen der, ich sag mal Rennwagen mit geschlossenen Rädern Fan Also nicht so wie die Formel 1 Das ist schon interessant, keine Frage Aber Formel 1, die freistehenden Räder, die Formelwagen finde ich schon interessanter Aber auch schon irgendwie cool Oh, ich zweite Außen Oh, Mist, ist die Runde weg Von der Vergleichszeit Mit dann dem anderen Setup Da hat einer bei dem 24 Stunden Rennen kurz vor der roten Flagge wegen Nebel Versucht sein Auto mit der Hand zu löschen, als es angefangen hat zu brennen Der hat auch eine Benzinspur hinter sich her gezogen Die hat sich dann auch entzündet, aber allen voran Hinten rechts gab es ein großes Feuer Und jetzt hat er versucht mit seiner bloßen Hand zu löschen Das war lustig Wenn auch gefährlich, das muss man dabei auch sagen Überputzig sah es aus So eine riesige Flamme und er mit seiner Patsche vor der da Ich weiß nicht genau, aber vielleicht war es ja so ein privater Auto Und dann will man natürlich alles versuchen, um nicht zu viel Geld zu verlieren Aber da sollte die Gesundheit an erster Stelle stehen Das war auch mal eine ordentliche Cover 1 Ich habe dieses Randsteingeräusche, obwohl da gar keiner ist Ich habe dieses Randsteingeräusche, obwohl da gar keiner ist Jetzt habe ich gar nicht auf die Höchstgeschwindigkeit geachtet Dann achten wir hier mal drauf 48 Hier bin ich mir jetzt unsicher ob 39 oder 40, aber die merke ich mir mal die beiden Werte Wobei wir fangen nochmal auf der langen Geraden mit zu wird auf die Jim Clark Schikane Wir schließen die runter ab und dann geht es ja nochmal in die Innenlab Oder auf die Innenlab Jetzt haben wir die zweite Außen Die 3,50 knacken wir 2,50 Wir kommen rein 52,48 und 40 Wir liegen gerade noch auf der Acht Die Runde habe ich ihm jetzt nicht versaut, er kommt auch rein Okay, er will doch nicht rein Kann man machen 2,50 3,50 2,50 Uff 5,50 4,50 4,50 5,50 5,50 Ja, Jeff. Gehen wir mal auf 31,531. Gehen wir mal auf 31,531. Na, Rot hat Vorfahrt. Höchstgeschwindigkeitstechnisch wird das jetzt auch relevant sein. Also dieses langsame Aus-der-Kurve-Raus-Kommen aus der Box ist jetzt nicht so entscheidend. Wir erreichen schon deutlich weniger Geschwindigkeit. Die Endrundenzeit wird interessant. Wir müssen uns im Qualifying weit nach vorne schieben. Das ist ja gerade wieder unruhig. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall was zum 1 zu 1 vergleichen. Wir kommen gut aus der Kurve raus und 3,48 wird nichts. 8 km langsamer. Und ein unruhiges Auto auf der Hinterachse. Letzteres soweit so und nicht neu. Auch hier fehlt uns einiges. Ich bin auf die Rottenzeit gespannt. Dieses Grün zeigt er auf der Sachstribün. Auf dem Sachstribünendach. Diese Spur. So, los geht's. Aktuell Platz 8. 352. 8 km langsamer. Das Bild haben wir auch hinten gesehen. Eine Schikane weiter. Recht langsamer als die eigene Bestzeit. Die letzte Sekte wird mit diesem Setup sehr interessant. Aber wo wir 8 km langsamer sind, verlieren wir nur einen Ex-Sample. Vielleicht war ich jetzt etwas zu schnell in der ersten Kurve. 340, 8 km langsamer. 14, langsamer. Jetzt kommt der letzte Sektor. Nein, noch nicht ganz. Also doch schon, aber... Jetzt kommt nochmal ein Zeitverlust mit der Geraden. Und dann gehen die Kurven los. Das war schon angenehmer zu fahren. 0.9. Deutlich schneller. 1,5 Sekunden im letzten Sektor rausgeholt. Das war zu schnell. Wir haben uns sogar verschlechtert so gesehen. Jetzt sind wir auf der 9. Aber das ist heftig. Ja, auf der Geraden deutlich langsamer. Aber im letzten Sektor 1,5 Sekunden gewinnen. Das Problem für das Rennen ist dann halt, im letzten Sektor kannst du nicht wirklich überholen. Und dann bringt dir auch die 1,5 Sekunden, die du dann schneller bist. Nichts, wenn du einen lahmen Arsch vor dir hast. Fürs Qualifying ist das Setup gut und wichtig. Dass wir eine gute Rundenzeit erzielen. Dass wir uns recht weit vorne platzieren. Und im Rennen... ...müssten wir eigentlich das Setup ändern. Das geht ja hier, weil es gibt ja keine Parkvermeerigung. Das ist gar nicht mal so blöd. Warum komme ich da jetzt erst auf den Gedanken? Im letzten Sektor kann man uns nicht überholen. Dann können wir auch hier... ...einfahrt ins Infield nicht angegriffen werden. Oder schlechter angegriffen werden. Wir können aus der letzten Kurve heraus angegriffen werden. Aber auf der Geraden... ...geht es der Konkurrenz dann nicht so gut. Die nächste Runde wird vielleicht die InLab. Je nachdem wie sie wird. Vielleicht fahre ich sie zu Ende. Vielleicht auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Neun Tornstel schneller Die Unterbotenabnutzung kann man vergessen, da nutzen wir sogar ausnahmsweise mal hinten mehr ab als vorne Das denke ich war schneller als in unserer bisher schnellsten Runde Oh, deutlich schneller Mal gucken, wie ich den letzten Sektor jetzt hinbekomme, ich fahre die Runde zu Ende Nächster Runde müssen wir rein, weil uns der Sprit ansonsten ausgeht Das war ein guter Beginn des letzten Sektors so gesehen, auch wenn der schon bei der Senna-Schikane begonnen hat 0.0 Schneller Platz 6 Puh 2000 Sonder und Villeneuve Sonder und Villeneuve Sonder und Villeneuve Hinten links und der Unterboden am meisten abgenutzt 1.03 Kann ich mit der Bodenfreiheit noch etwas runter gehen, weil das Setup nur im Qualifying gefahren wird? Im Rennen nehmen wir das Standard Setup, weil wir auf der Geraden schneller sind Die Bodenfreiheit ist ja so gewählt, dass die mit einem schweren Auto nicht zu einem Problem wird, nicht zu einem so großen Problem wird Vielleicht wird das Hecker aber auch noch unruhiger beim Anbremsen Ich höre es sehen Ich höre es sehen Ich höre es sehen Der Jeff mal wieder. Der wird auch wieder im Qualifying-Seine-Wasserspielchen treiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschau tschüss.